Ja hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom Planet Zoo. Ja bis jetzt gab es immer nur Livestreams, aber die Internetprobleme zwingen mich dazu heute nicht live zu streamen am Sonntag, sondern ich werde den Umbau des Eingangsbereiches in Folgen aufnehmen. Ich denke mal es werden keine 20 Minuten Folgen sein, weil ich schnell im Baufieber bin und dann wahrscheinlich die Zeit nicht im Auge habe, aber nichtsdestotrotz werden wir mal anfangen. Es gibt ja noch andere langsame YouTuber, die wirklich langsam bauen. Ist okay, aber im Wissken möchte ich euch auch vorankommen und zeigen. Was soll hier das so ein bisschen machen? Und auch hier unten gar nicht so viel. Macht es tiefer. Macht er und macht es tiefer. Wir sollen ja hier durchlaufen und nicht... Geht hier, ne? Ja. Ja, ich hoffe, dass es von den Folgen her klappt, dass wir, dass ich so fünf Folgen aufnehmen kann. Ja, das wollten wir ja eh noch umbauen, aber ich will jetzt erst mal wieder zu machen. Und eigentlich... Dass wir hier nicht schwimmen müssen. Ist so das Hauptziel. Okay, ich denke, dass wir hier auch noch mal hin müssen. Okay, dann mal weg. So und dann geht das hier, denke ich mal, rum. Das dürfte reichen, auch wenn da noch ein Gebäude kommt. Wenn, kann ich immer noch nach hinten gehen. Okay, wir machen jetzt erst mal zu hier. Wo? Noch mal drüber. Was? muss ich mir so eigentlich hin Ach so, ah, das geht vielleicht. Okay. Das muss man machen. Jetzt ist das natürlich hier. Geländer. Bereiche. Eigentlich wollte ich ja den Eingangsbereich machen, aber es nützt ja nichts. Wir müssen halt dementsprechend hier jetzt auch das gravierendste machen. Ich lasse mal ganz kurz laufen. Wird diese alle wieder aus den Kisten kommen. So, was wir auf jeden Fall machen wollen, also ich machen möchte, wir möchten hier einen Eingangsbereich machen. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier das komplett abreißen, den Bahnhof abreißen und die Gleise zurückbauen, bis ich hier am Ende. So, der Plan. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich würde eigentlich bis 400.000 warten, jetzt kriegen wir gerade wieder weniger. Das hätte mir gefallen, wenn das gerade gewesen wäre, das gefällt mir noch nicht. Ja. Das heißt, das war doch richtig. Okay. Okay. Das ist jetzt eigentlich so klappen. Der VW ist nicht mehr hinterher. Direkt Richtung Eingang, was ist das denn hier? Einmal auf E. Wir haben zumindest schon mal eine Samp-Mail hier. So, zack. Und? Zack. Relikat auf der Flucht. Okay. Da geht's. Oh hier, ich finde das halt hier schön. Da wird er erschossen. und wir machen weiter da liegt da jetzt gefällt es mir jetzt ist es gerade immer hier die nehmen draufpacken sowie das hatten das ist auch nicht warum ich da keine pause gemacht hat also er ist ja keine ketidosaurier von daher geht das schon ich mach das nicht bei den oberen das ist die werde ich wegnehmen jetzt haben wir hier zumindest schon mal platz das gefällt mir schon mal wie gesagt das wird dann alles platz in der mitte dann wahrscheinlich ein brunnen aber erstmal nochmals wirklich als platz hier wir dann gleich mal schauen wir sind es die ersten vorbereitungen die wir jetzt hier treffen 2800 besucher haben wir auch irgendwas freigeschaltet sobald wir auf 400.000 sind werde ich in den pause modus gehen und erst wieder rausgehen wenn der umbau fertig ist denn es wird uns alles kosten ich weiß noch da hinten also das info center das ist halt für die zukunft gebaut und da ist auch schon gut was los für alle die es halt noch nicht kennen so da muss er hin also ist halt wirklich gut was los oben stehen sie schlange mit automat stehen sie wir sind wie varien ist übrigens auch eine sehr gute einnahmequelle da können wir auch nochmal durchgucken dann müssten wir eigentlich schon fast auf die 100.000 kommen mache ich schon mal pause hier haben wir leider nur die abgutschlange nur ein gefängt schon wieder an nehmen die immer komplett raus für alle die es noch nicht gesehen haben und schau dann hier einmal weil das hier schneller geht wenn ich das in die anderen machen müssen die jetzt zurückgetragen werden hier ist es jetzt wirklich ich würde jetzt hat die silberne nehmen doch besser und die beiden packe ich halt wieder rein war hier rein und die wieder schnell vielleicht lass die mal drin dann sehen wir mal wie viel geld wir letztendlich hier machen so hier haben wir auch bei den vogelspielen sind auch immer viele die wahren den handel einmal sortieren nach noch einen besseren ruf sind auch schon älter ne gold beiden nehmen verschieben das haben wir haben jetzt schon ein paar sachen drin jetzt unser frosch ich glaube das gibt auch halt punkte für die art erhaltung und so hier haben wir goldenen dabei die blanca declare leipzig silber bei diesen äh acht jahre ne egal machen wir noch die Tenemos auch was schaffen hoffentlich wir ihnen dazu her auch wieder ein paar jetzt drin jetzt kommt die fehler krustenechse wie viele haben auch schon einige wieder zurückpacken und der krustenechse gegräuert 26 jahre haben wir schon oder haben wir vorne noch vier stück also ich würde raten und gerade wenn man am anfang geld sorgen hat auch zwischendurch kriegt man die leider schon mal haben wir die östlichen branche schlangen müssten jetzt glaube ich ganz oben sein und schlangen ja eine männlich weiblich dann haben wir hier die ruforte rausnehmen eine schwange aber die obendrin lassen wollen würde ich sagen machen das so eigentlich schon amtlich jetzt haben wir von allen einer hier kommen mein lieblingstiere eigentlich und auch glaube ich die wertvollsten einmal komplett raus lagune der lego und nachher haben wir hier weiblich weiblich ein guter stück drin wenn man es halt fenster offen lässt sieht man halt immer was man wieder zurückgepackt hat ob es passt jetzt haben wir noch mal einen grünen insel lego an dann nehmen wir jetzt nur ein weiblich raus und gucken welche besser ist der hier ok das heißt wir haben jetzt 37 tiere und das geht jetzt schneller glaube ich wenn wir jetzt hier hinzugehen wenn es glaube ich jetzt können sie jetzt alle anklicken das ist natürlich einiges antieren wir bekommen jetzt drüben schon 17.000 mittlerweile 18 22.000 haben wir jetzt so dass wir sind bei 400.000 und haben auch wirklich in der folge an das ist kaum zu glauben ja wenn jetzt noch mal sehen wollt hatte weil ich jetzt folgen aufnehmen und ihr das in live stream nicht gucken wollt 14 stunden sagt es mal dann nehme ich in der nächsten woche dann gerne noch mal das auf vielleicht gehen wir auch noch mal hin so das heißt wir stoppen hier den zug einmal aus ob wir arbeiten die schienen was ab hier ich wollte ich bis da glaube ich irgendwie hier weiter ich habe ja nicht so oft drüber reden aber gut dass es jetzt klappt weil nur wegen dem tiermarkt also den franchise auch halt eine internetverbindung definitiv und ja so dann als nächstes glaube das mache ich mir einfacher ich verkaufe das wirklich so wie es ist das heißt hier das kommt komplett weg glaube ich habe sogar gespeichert für alle dies haben möchten das heißt wir haben hier eigentlich nur noch jetzt zu löschen die haben wir gar nicht mit den instinks gemacht die kästen sind auch nicht im menü drin das ist jetzt noch einmal diese das lassen wir mal wobei den körper weg machen ok wir lassen noch mal kurz laufen ja aufgeräumt haben wir hier schon mal jetzt dann würde ich sagen das war die erste folge wie wir den rückbau getätigt haben machen wir noch ein bisschen glätten können wir noch paar minuten haben wir ja noch wir wirklich das bade haben ähm ist schon entscheidend also was ich gesehen habe bei long maron der baut ja nicht viel in 40 stunden kleines haus ähm aber der hat jetzt angefangen den den bahnhof zu bauen und hat hier drei große straßen da oben das heißt wir werden hier auch erstmal mit der straße beginnen ähm ich weiß nicht wie wir hier die die leute wegkriegen ich glaube hier vorne müssen wir erstmal alles wegnehmen oder 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 erst so alles weg oder nee ist es richtig ja es wird nicht der letzte umbau sein den wir hier tätigen gerade weil wir ja viel lernen durch die ja durch das spiel einfach ne okay wo entfernen das ist ja auch schluss mit geld abheben und letztendlich kann der platz dann bis hier hingehen auch hier schluss mit geld abheben das heißt wir haben jetzt eigentlich das alles alles so das heißt jetzt kommt der weg weg das heißt wir haben dann heute wirklich ein rückbau in der folge so das hier bleiben können sie alle ja das ist der rückbau ja vorher nachher ne immer gespannt wie es dann später aussieht und ihr werdet es erfahren morgen schon bis dahin tschüss